So, meine Damen und Herren, was Sie hier sehen, kennen Sie Nemo, ja, Clown-Fisch, kennen Sie, das Film, ja, hier ist unser schönes Becken hier, ja, mit schönen Korallen, Driffe, Fische hier. Und was Sie hier sehen, auch hier, das ist in blau, das ist der Koran-Fisch, wie es heißt, auch ein schönes Fisch, direkt hier vorne. Kann man schön, wie gesagt, immer bunte Korallen-Fische sind immer bunt, sehr schön zu fotografieren. Ja, sehr schön, ne? Immer schöne bunte Farben. Okay. Okay.